Saikusa verlängert sein Geschenk-Abo von Reifezeit. Saikusa, vielen, vielen Dank, aber dabei ist es nicht geblieben. Willkommen meine Damen und Herren, hier gibt es schon wieder ein ultimatives Dankeschön-Video, beziehungsweise was am x-ten x-ten im Livestream passiert ist. Und zwar letzten Freitag, also am 10.05. hat Saikusa nochmal eine riesige Schippe oben drauf gelegt. Ich bin wirklich fast geplatzt. Ihr seht jetzt hier, was eben passiert ist und diesmal auch mit mehr Dokumentation, denn Idris, danke an dich, hat das alles viel besser dokumentiert, wie es halt letztes Mal dokumentiert war. Jan, komm, schnell, TS, es gibt ein Problem. Leute, ich komme jetzt gleich rein, dann, hallo Leute, was ist los? Komm bitte still und dann. Hallo? Jan? Ja? Ähm, ich werde es erklären. Ich kenne das, was ich tass mehr. Das geht so nicht, Jan. Okay. Jungs, wow, wow. Wir sind doch noch über 200, hallo? Ich glaube, Jan sieht das Problem nicht. Ich glaube, Jan ist ein Antimate. Ich glaube, Jan ist einfach viel zu arrogant. Wie es mir geschreift, wie ihr seid non-subs. Ich meine, ich kann mir schon irgendwie denken, was hier gleich passiert wird. Ich sehe hier nicht viel. Was ist hier los? Hilfe. Du bist jetzt schon sterben. Was? Warte, 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 warte. Alter, ich, weißt du, mein Arm wird zauber. Rate, rate, wie viele, rate, wie viele das machen. Rate, das ist nur jetzt der gute. Habe ich, habe ich eben 44 gelesen? Vielleicht, da. Alter, 44. Oh, mir ist schwindelig, warte, 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 warte. Mission completed. Alter. Soll ich mir sagen, ein Problem gelöst, oder? Alter Falter, Saikusa, vielen, vielen Dank um vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Vielen, vielen Dank um Gottes Willen. Jan, um es dir leichter zu machen, ich stehe jetzt auf 100 Sub-Gifts. Was, du stehst auf 100 Subs? Ja. Alter. Ich muss es, Jungs, eine Sekunde, ich bin gerade komplett gequichtet. Man bringe den Jägermeister. Saikusa, Alter, wo hast du das gar nicht? Ich hoffe, kannst du dir wegen dem Geld, Saikusa? Ja, gar nicht. Oh, Saikusa, 100, 100 Subs verschenkt. Vielen, vielen. Ah, vor mir steht ein Feind. Der hat mich fast geneift. Du hast ein Plepp. Ich bin da, ich komme. Ach, du Scheiße, Alter. Weißt du, ich schreibe gerade auf und ich sehe, wie ein City auf mich zurennt. Ich glaube, ich muss jetzt echt mal ein Schnappes trinken. Mensch, hey, das machen wir jetzt gerade mal fertig. Ich muss jetzt ein warm Uwe trinken. Ich muss, nee, ich warte noch, ich lasse es noch kurz. Ich muss das auf mich wirken lassen. Das rieselt gerade so krass. Dankeschön. Also Saikusa, vielen, vielen Dank. Kein Problem. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ich trinke mit. Jan, einen Schott, Prost. Wie lange es noch dauert, bis die ganzen Subs nicht mehr angeplegt werden? Das wird ein ganzes Stück dauern. Also oben in der Anzeige dauert es ewig. In Zusammenarbeit mit Mr. Adrian und Kredel. Jungs, danke schön. Das war Saikusa. Ja, wir haben einen richtig krassen Job gemacht, Adrian und ich. Ich schmeiße jetzt mal gerade die Runden hin, weil die überhaupt nichts mehr rafft. Das machst du auch ohne. Das machst du auch ohne. Also. Dieser Chat sieht halt so insane aus. Ich schicke dir dann das Video. Hast du auch den Chat, wie du es dir aufgenommen hast? Der Chat war das Wichtigste. Aber natürlich. Alles geblasen, Jan. Danke, Jungs. Vielen, vielen Dank. Habe ich doch 300 gehört. 280. Um Gottes Willen. Ich versuche jetzt halt wieder, mich für das Spiel zu interessieren, um irgendwas zu machen. Die Ehre gehört ganz Saikusa. Saikusa, du bist halt wirklich der Kronen, der, der die Krone auf hat. Absolut. Mein Arm ist da auf. Was, was, was? Ich habe auf Luz gewettet. Oh, ich. Mensch, ey. Obwohl er, obwohl er jetzt wirklich nur, er hat das nur Raumtemperatur. Ich mag das auch, dieses kalte Einatmen. Einfach dieser Anis-Geschmack. Nicht Anus-Geschmack. Dieser Anis-Geschmack. Herrlich. Anus-Geschmack, okay. Anus-Geschmack ist abgespeichert, Sir. Vielen, vielen Dank. Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken. Das ist echt Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also jetzt eben hier beim Schneiden musste ich die ganze Zeit schmunzeln. Ähm, ja. Das ist echt schwierig, das zu, das, das zu raffen. Also wenn es live passiert, man kriegt einfach gar nichts damit. Man ist wie so auf, äh, auf Drogen. Dankeschön. Mua! Mua! Mua!